Die deutschen VWs eröffneten das Länderturnier. Es kommen verschiedene Fahrzeuge mit Sportlern aus fernen Ländern. Zum Beispiel deutsche Sportler, die im Aquaballturnier teilnehmen. Jetzt gleich, wenn alle da sind, eröffnet der Sprecher das Landesturnier mit. Herzlich Willkommen in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Es werden Sportler aus aller Welt antreten, wie Amerika, Italien und natürlich aus unserem Land. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Eine Stunde später ist das Aquaturnier vorbei. Nun folgen noch weitere Turniere. Am sehr späten Abend gehen alle nach Hause. Ein kleines Kind ruft. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Und gehend, nun geht auch für das Kind der Tag vorüber. Das war die Geschichte von Lena, Willi und Luca.